Ich habe letztens den passenden Broker für mich gesucht und möchte euch heute sehr gerne einmal meine Erkenntnisse teilen. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ist die Wahl des richtigen Brokers entscheidend dafür, dass ihr auch wirklich von dem Aktienmarkt und von den Handelsaktivitäten profitieren könnt. In diesem Video werden mir alte Broker mit neuen Brokern, die sich auf dem deutschen Markt befinden, vergleichen. Das Ergebnis soll euch dabei unterstützen, den richtigen Broker für eure Vorhaben zu finden. Wir werden heute drei Broker miteinander vergleichen und Gebühren, die Plattform an sich und Besonderheiten der Broker uns etwas genauer anschauen. Zum Ende hin werde ich auch noch ein kleines Fazit geben, welcher Broker mir persönlich am besten gefallen hat. Bevor wir jetzt aber mit diesem Video starten, erstmal noch ein kleiner Hinweis. Ihr findet natürlich alle drei Broker unten in der Videobeschreibung. Broker Nummer 1, CapTrader. Beginnen wir erstmal mit CapTrader, einem Introducing Broker von Interactive Brokers. CapTrader ist einer der ältesten und bekanntesten Broker auf dem Markt seit dem Jahre 2009. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Anlagemöglichkeiten. Zum Beispiel haben die hier Aktien, EFTs, Futures, CFDs und vieles, vieles mehr. Gebühren. Der große Nachteil von CapTrader ist, dass sie pro Handel ziemlich hohe Gebühren verlangen im Vergleich zu anderen Brokern. CapTrader berechnet nämlich ganze 4 Euro pro Transaktion. Ihr habt eine kostenlose Auszahlung pro Monat. Ab der zweiten Auszahlung kostet das Ganze dann 8 Euro pro Auszahlung. Trading Plattform, die TWS bzw. Trader Walkstation, ermöglicht individuelle Einstellungen für jeden Kunden, um Handelsaktivitäten in Abstimmung mit den Handelsschwerpunkten durchführen zu können. Dies ist die leistungsstärkste Handelsplattform bei CapTrader und zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit und Stabilität aus. Sie bietet Tradern, Anlegern und institutionellen Kunden die Möglichkeit, an über 150 Märkten in der ganzen Welt von einem einzigen Depot aus zu handeln. Das kann man auch hier ganz gut sehen. 150 Märkte in 33 Ländern mit 25 Währungen und das würde ich sagen, kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen. Das Klientportal bietet mit einer Anmeldung Zugang zu allen Ressourcen, um das Depot umfassend zu verwalten und zu überwachen. Ebenso mittels App ist Trading möglich. Mit der Trading App von CapTraders könnt ihr Depot bei CapTrader jetzt auch mobil nutzen, sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Tablet. Besonderheiten Der Risk Navigator SM ist ein echtzeitbasiertes Marketing Risikomanagement, was euch eine umfassende Bewertung gibt für das Risikopotenzial über zahlreiche Anlageklassen in der ganzen Welt. Zusätzlich stellt CapTrader laufendes Wissen mithilfe von Blogs zur Verfügung, also wenn da Interesse bestehen sollte, könnt ihr auch gerne unten über die Videobeschreibung auf diese Seite hier gelangen. Broker Nummer 2, Maxim. Als nächstes möchte ich gerne mit euch über einen der neuesten Broker auf dem deutschen Markt sprechen. Maxim ist ebenfalls ein Introducing Broker von Interactive Brokers und seit 2022 stärker im deutschen Markt aktiv geworden. Auch Maxim bietet euch eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten. Darunter fallen zum Beispiel Aktien, Anleihen, EFTs, Futures Optionen und vieles, vieles mehr. Gebühren. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, haben Gebühren einen erheblichen Einfluss auf den Trading Profit. Und vor allem Maxim verfügt über sehr niedrige Gebühren. Es gibt auch keine versteckten Kosten oder zusätzliche Servicegebühren. Die Kontoeröffnung ist völlig kostenfrei. Es gibt keine Kontoführungsgebühren, keine Einzahlungsgebühren. Eine Auszahlung, Abbuchung pro Monat ist völlig kostenlos und danach werden pro Auszahlung 1 US-Dollar fällig. Wenn ihr euch hier ein Konto eröffnen möchtet, könnt ihr hier oben rechts in die Ecke auf Konto eröffnen klicken. Hier werden euch rechts auf der Seite nochmal die wichtigsten Vorteile gezeigt und links auf der Seite gibt es dann hier die Registration. Da müsst ihr einmal eure Telefonnummer eintragen. Dann geht ihr auf Weiter, füllt dort noch ein paar weitere Dinge aus und dann habt ihr auch schon euer Konto auf Maxim angelegt. Es gibt auch keine Mindesteinzahlung auf Maxim, das bedeutet ihr habt die freie Wahl, wie viel Geld ihr anfangs auf Maxim einbezahlen möchtet. Was auch super interessant ist, ist, dass keine Dividenden oder Interaktivitätsgebühren berechnet werden. Sogar die Order-Erteilung per Telefon ist völlig kostenfrei möglich. Für europäische und US-amerikanische Aktien gibt es kostenlose Echtzeitdaten. Je nachdem Handelsplatz fallen die Gebühren unterschiedlich hoch aus. Aktien können beispielsweise für 0,06% Kommission an der Euronext gehandelt werden mit einem Mindestvolumen von 1,80 Euro. Aktien in US-Dollar kosten 0,005 Dollar pro Aktie. Hier beträgt das Mindestvolumen 2,5 US-Dollar. Als kleines Beispiel, bei Maxim zahlt man mit einem Handelsvolumen bis ca. 3.000 Euro eine Transaktionsgebühr von 1,80 Euro. Bei einem Handelsvolumen von 10.000 Euro bedeutet dies 6 Euro Kommissionsgebühren. Bei bis zu 500 US-Aktien zahlen Kunden nicht mehr als 2,5 US-Dollar. Trading Plattform. Bei Maxim gibt es die Möglichkeit per App im benutzerfreundlichen Klient-Portal, die einfach zu navigieren ist, auf umfassenden Trader-Workstations zu handeln. Die TWS ermöglicht individuelle Einstellungen für Kunden, um Handelsaktivitäten in Abstimmung mit den persönlichen Handelsschwerpunkten durchführen zu können. Mit Maxim hat man Zugang zu über 150 verschiedenen Börsenplätzen. Und das würde ich sagen, ist schon sehr ordentlich. Bei Maxim gibt es auch die Möglichkeit, erfahrene Trader zu kopieren mit dem sogenannten Kollektiv-2-System. Zusätzlich kann man das Konto mithilfe von einem Asset-Manager von Experten verwalten lassen. Zusätzlich hat man kostenlose Handelssignale und kann auch in kleine Aktienanteile sein Geld investieren. Broker Nummer 3. Trade Republic. Trade Republic ist auch ein sehr bekannter und vor allem alter Broker, den es schon seit 2015 auf dem Markt gibt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten, darunter, wie man hier oben ganz gut sehen kann, Aktien, EFTs und sogar auch Kryptowährungen. Diese Plattform bietet das Handeln nur auf einem einzigen Handelsplatz an. Und zwar an der Lang & Schwarz Exchange in Hamburg. Gebühren. Die Gebühren auf der Seite Trade Republic sind an sich sehr günstig. Falls man sich entscheiden sollte, mit Kryptowährungen dort zu handeln, dann fallen 1-2% Provisionen an, plus 1€ Ordergebühren. Trading Plattform. Bei der Plattform Trader Republic kann man mittels der App handeln. Ihr könnt sehr gerne einmal hier diesen QR-Code abscannen, um dann hier zu der jeweiligen App zu gelangen. Oder ihr könnt das natürlich in dem App bzw. Play Store suchen und dort dann diese App runterladen. Besonderheiten. Eine sehr große Besonderheit gegenüber den anderen Plattformen ist, dass man auf dieser Seite mit Kryptowährungen handeln kann. Aktien und EFTs können ab einem einzigen Euro Handelsgebühren als Bruchstücke auch schon gekauft werden. Diesbezüglich sehen wir hier einen Vergleich von mehreren Brokern innerhalb von einer Tabelle. Mein Fazit. Wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt, hat jeder Broker so seine Gewissen, Vor- und Nachteile. Und je nachdem, welche Ziele man selber verfolgt, kann es sein, dass der eine Broker zu einem besser passt als ein anderer. Für mich persönlich hat in diesem Vergleich jedoch Maxim am besten abgeschnitten, da man mit kleinen Beträgen ohne Einzahlungsvorgaben investieren und zusätzlich das Copy Trading System nutzen kann. Das ist natürlich auch wieder sehr interessant, gerade für die Leute, die nicht so viel Zeit zur Verfügung haben, um auf der Trading Plattform aktiv zu werden. Und genau aus diesem Grund würde ich euch auch wirklich Maxim empfehlen, falls ihr nicht so viel Zeit in das Thema Trading investieren möchtet. Und ein anderer großer Vorteil ist, dass man seine Zeit nicht darin investieren muss, sich immer wieder zu informieren, wie denn die aktuelle Marktentwicklung aussieht. Hinterlasst mir doch sehr gerne unten in den Kommentaren eure Meinung zu diesem Broker-Vergleich. Würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Sonst findest du jetzt noch hier auf der Seite eine Möglichkeit, mit einem Bot passive Einnahmen zu generieren, ohne wirklich viel Aufwand investieren zu müssen.